Herzlich Willkommen bei S21BAU.TV. Heute mal wieder ein Blick auf die Neckarbrücke im Bereich zum Rosensteinpark. Wurden weitere Elemente hinzugefügt. Fehlt nur noch der letzte Abschnitt über die Stadtbahn, Gleise. Und was heute besonders interessant ist, es wird betoniert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, bitte Daumen hoch. Bei Fragen bitte die Kommentarfunktion nutzen und wenn ich verpassen will, einfach den Kanal buchen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.